Was geht los? Da sind wir auch schon wieder. In einer perfekten Einleitung von uns hier. Mit Trials Evolution Deck Gold Edition, wie ihr seht. Frisch installiert, frisch gezockt, Multiplayer. Frisch installiert, frisch gezockt? All it, all it frisch. Ja, aber genau. Online, wir spielen in lokalen Multi... Was machst du denn da? Ja, die Headset will fliegen. Okay. Ich verliere dich hier. Klick einfach. Klick einfach was. Auf'n Knopp. Was? Stopp. Welch Knopp? Drück mal A. Was? Hallo? Was denn noch? Was? Ja, geht doch. Nehmen wir dann hier. Hey, besser auf. Hallo? Gib mir mein Ding zurück, ich will das fehlen. Ich will auch, okay. Ja, dann drück doch die Schultertasten. Oh. Depp. Jetzt, warte ne, jetzt änderst du meinen gerade. Ich will den... Gib mir nur die beiden. Hahahaha. Hahahaha. Klar, schalten mal alle durch. Weiter? Also, das ne. Ja. Ähm, hier gibt's glaube ich nach Zufallsprinzip. Was? Was willst du? Was? Nach Zufallsprinzip. Läufer pro Rennen. Einsprung. Sprung ins Ziel, ja. Lustigerweise ist alles auf Deutsch, ne. Aber, Sprung ins Ziel, yes. Das ist so cool. So muss das sein. Heruntergeladen hab ich nichts. Wir spielen einfach mal die Anfangsdinge. Wir haben alles schon. Kein Start. Go, go. Mit O. Scheuerung ist die gleiche? Was? Scheuerung ist die gleiche, ja. Nur, dass du hier keines Dance machen kannst. Hahahaha. Welche bin ich? Der Blaue, ne? Der spielt ja zwei, ja. Also, der bleibt ja blaues. Und dass das hier sich irgendwie grad viel schneller anfühlt, das Gefühl. Merde. Waaat? Oh, fuck. Crash. Oh, fuck. Ich verwirr mein Quad. Hahaha. Hahaha. Das ist... Ich kann nur wieder springen. Das blöde ist, die fahren auch nur auf der Ziellinie. Hey. Stopp. Ich fahr nicht noch weiter durch. Ähm, das liegt einfach mal hier. Ja. Normalerweise fahren die da weiter rum und da passiert auch noch irgendwas, dass irgendwas in die Luft geht oder sowas. Puff, hey. Zwei. Ja, wo ist die Luft? Oh. Oh, fuck. Fängt ja super an. Und die Controller spielt ja das auf jeden Fall besser. Ja, auf jeden Fall. Ich hab ja die Trials Fusion Beta gespielt und da war ich immer zu voll, ich konnte die Controller anzuschließen. So zum Kotzen, ey. Ja. Deswegen hab ich noch 10 Minuten. Fuck los. Da musst du den Xbox 360 anschaffen, hast du einen. Im Flug eingeholt worden. Ich bin kein Xbox Fan. Ja. Ich hab schon. Ich hab nur Vorteile davon. Du? Ja. Ja. Ich bin ein Xbox Fan. Ich bin Fan von allem, was zum Zocken da ist. Welchen Typ ausschießt du denn alle? Ja. Auf welchen Typ stehst du? Ja. Ja, genau. Welch? Ja. Das sind wohl Leute geplant. Ich bin ja jetzt quasi. Ja. 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 Ich hab auch da. Ja. 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 Möpste. Möpste. So lange in dem Möpste ist alles gut. Außer von dem Kerl. Das ist gut. Nee. Ich muss mich grad an jemanden denken, wenn ich mich nicht namentlich erwähnen würde, werde ich auch nicht denken. Oh fuck. Ich bin wieder raus. Ja. Ich späße sie auf. Oh. Boah. Rennen. Erster Abgeschoss. Ich, ne? Ja, ich. Scheiße. Das war Foto-Finish. Ich will hier die Beweisfotos sehen. Ja, ja. Die Kamera drücken. Das sag ich jetzt nicht. Das wäre ja Diffamierung oder sowas. Diffamation. Im Internet. Das möchte ich nicht machen. Ich bin ja nicht so. Nein. Und alles andere wäre mobbing, deswegen lass ich's gar nicht. Also nur du nicht. Ja. Alle außer mir sind scheiße. Hätt ihr halt B an? Ja. Oh, jetzt muss ich hart überlegen. Warte. Wen meinst du denn da jetzt? Hä? Ich weiß sogar nicht. Zoffe. Oha. Hast du das gesehen? Ich lag die ganze Zeit auf dem Rücken, war aber kein Crash irgendwie. Das hat mich wieder hingedreht. Das hat mich wieder hingedreht. Ha! Spieler 2-2. Banzang! Oha. Da muss was trinken. Hanski setzt ein Hand auf. Los doch. Den hole ich jetzt bestimmt nicht. Was ist das denn? Das geht doch mal. Ich weiß ja nicht mal welchen davon. Ja du. Alle 3. Scheiße. Ich setze den nur den Hand auf, oder? Hanski? Ja du hast noch mal gesagt. Ich setze den Hand auf. Das muss ja bestimmt dann sein. Fuck 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 fuck. Schimmel mit Schmille. Schimmel mit Schmille. Schimmel mit Schmille. Schimmel mit Schmille. Was war eigentlich denn da für komische Sachen? Riecht nette. Ich glaube ich schreie aber gerade die ganze Zeit voll ins Mikro. Ich hab das glaube ich voll aufgedreht. Fuck 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 fuck. Fuck fuck fuck. Aber das ist schon ein bisschen schwerer hier finde ich. Musik der. Nee das schon nicht mehr. Zum Erleid. Oh fuck 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 fuck. Nein 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 nein. Juhuuu. Nein 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 nein. BITTI STIFFIE. Ohr Krepierer hier. Der weiß ich auch. Wir blamieren Männer. Blamieren uns weiterhin. Wir blamieren uns weltweit mit zwei Zuschauern. Nein weiterhin. Weltweit mehr übertrieben. Oh, jetzt will ich schon wieder was sagen, ich bin ja schon ruhig. Aber ich weiß nicht warum du noch mit so ein Problem hast, Bossy nimmt das Ding ja normalerweise, der hat damit noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich nie gesagt, wir hören sowas. Pass mal auf, ich weiß wer der zweite Zuschauer ist. Deswegen sagt er nichts. Tut mir leid, Bossy. Ich geh auf die Fresse. Morgen, er kommt jetzt noch vorbei. Welcome to the future. Ich führe, ich führe. Ein führe, das war's schon. Alle drei ist zusammen, alles fertig. Och komm, ich will da oben hin. Wo bin ich jetzt gerade? Oh mein, das baum rechts links bitte. Rechts links bitte unten. Alles roh, passt. Wo bin ich denn grad da? Da. Ja, da genau, hilft mir auch sehr weiter. Da, 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 da. Da, 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 da. Babywells, so wie sind die? Was findest du wohl hier? Gleiche Strecke. Wie weit bin ich denn grad gesprungen? Was? Das liegt hier bis zum Ende. Fuck. Der Bossy geht hier in Raid. Aber das bin ich nicht. Hätte ich drei gekauft, oder? Obwohl Trials Fusion fällt mir zum Beispiel der Bossy kommt. Wie? Was? Halt, stopp. Halt, stopp. Oh, komm. Was macht der? Vogel. Oh, schade. Welcome to the future. Hey Leute. Respekt. Genau, die sitzen mit Laptop und PC nebeneinander und das gleiche. Nein. Das war gut. Das war gut. Ich würde dich auch so machen. Ey, wie gut, dass er bei Spieler 2 keine Ahnung hat. Gut, dass bei Spieler 2 nicht Mutz steht. Der spielt gerade. Fuck. Ja, den ersten. Bei Spieler. Ja, den ersten jedoch nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, fuck, fuck. Oh, was mach ich denn da? Ja, ich bin Spieler 2. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Oh, fuck ey. Boah, morgen machen wir das so. Jeder, der reinkommt, muss einmal Hallo schreiben. Das heißt, immer wenn ich in den Raum betrete, muss ich Hallo schreiben. Nein. Nein. Genau, das wird Pflicht, da kommt niemand mehr rein. Ja. Dass alle Angst haben. Ich hab ja eigentlich auch ein Spy-Programm drauf, wer... Ja, das hier... Verdammt. Das muss ich lassen. Ein Spy-Programm für den Twitch-Chat, das mir anzeigt, wer den Chat betritt und wer den Chat verlässt und so weiter. Aber ich hab's nicht zum Laufen gekommen. Das ist richtig. Das ist immer noch gerade. Oh, zweimal genau den gleichen Mist. Oh, fuck. Voll gegen die Wand gesprungen, ey. Dreck. Ich jucke nur noch ein bisschen rum. Ich kann mich weiter bewegen, da. Du bist ja wie ein totes Krab. Ja. Ja. Ich bin Kammer, da der ein Klatschermacht. Blub, blub, blub. Hey Kammer doch, Kammer doch. Verdammt. Ja, aber überleg mal, welche Generation wir verarschen. Wir sind schon alt. Ja, klar, wir dürfen lachen. Wir kennen die ganzen Neuen schon gar nicht mehr. Die ganzen Neuen, oder kennst du einen Pokémon von den Neuen Generationen? Ja, die Pokémon. Ich meine jetzt namentlich ein Pokémon. Ja. Ein, also ein Wesen, nicht das Spiel. Warte. Hier hätte ich noch was gewusst. Ja, XY, super. Ja, das war's. Den gibt's doch wirklich schon gar nicht mehr. Oh. Glaub ich. Fah, 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 fah. Juhu. Hier stolpern. Ja, so muss das mal sein, ne. So spielt man das Spiel. Und Leute, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, wir haben nix getrunken. Nee, wir sind immer so scheiße drauf. Äh, wir haben getrunken. Aber kein Rambo. Ich hab ihm nur gesagt, er wäre Alkohol drin, damit er sich auch so aufführt wie ich immer. Ja, deswegen fahren wir auf die Siebe doch. Genau, weil wir nichts getrunken haben. Und zu denken, zu tun hat sein. Jetzt aber nur eben nichts. Nein. Genau. Über richtiges Leben haben wir noch schlimmer. Ja. Voll. Uah. Quatsch. Das ist richtig. Juhu. Das sah grad richtig mies aus, ey. Schlieg voll Müll im Kopf rum, weil dann lenke, ey. Funk. Nein. Na oben gesprungen. Kiki ist gefliegt. Total Patri, Mann. Aber beide sieben Punkte. Spieler 2. Ist der Sieger, verdammt. Ich bin Spieler 2 übrigens, ne. Ich lüge nicht. Ich weiß gar nicht, wer lügen geht. Was verleistet gerade? Du hast ja wie so'n Raucher. Boah, ich hab vorhin... Ich hab vorhin Martin wieder getroffen, ey. Der... Hört sich an, als ob er Lungenkrebs hat. Wer? Martin. Kennst du nicht. Ich wollte es nochmal wissen. Ich wollte es nochmal wissen. Ne, der ist halt nur jünger als ich. Und er hört sich an, als ob er Lungenkrebs hat oder sowas. Also ey, gut. Als ob er keine Lunge mehr an die Körper hat. Genau. Das wollte ich damals sagen. Ich bin zwar nicht auf den Punkt gekommen, aber... ...und er kriegt alle. Uah! Der kommt schon auf die paar Meter. Der wär aber gut gewesen, wenn der... ...gefruchtet hätte. Wow! Haha! Der Zug ist auch noch frunken. Ne, ich nicht. Haha! Verdammt! Ich werde wieder eine Mappen schnell nachmachen. Haha! Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Aua! Uah! Scheiße! Oh! Scheiße! Ich bin schon abgehend gesprungen. Nein, ich darf nicht mehr! Ich darf nicht mehr! Ich bin schon abgesprungen! Scheiße! Haha! Ich geh da mal von'n Fehler! Fuiiii! Ich... Ich h... Ich h... Ja! Alarm! Wir waren eben zu abgedreht. Ich wär mir selber auch zu abgedreht gerade. Verdammt! Versteh ich gar nicht! Aber lustig, dass wir beide in das Vorschau-Fenster gucken halt, statt auf'n Bildschirm. Ich... Ah fuck! Ich habe vergessen Gas zu geben! Erfüll dich nicht mehr! Wuhuuu! Gib Gas auf! Gib Gas auf! Gib Gas! Schmeiß! Schmeiß! Scheiße! Die Fahrlage? Checkpoint auch genannt. Schmeiß! Schmeiß! Ich verkack' die Mauer Gide! Aaaaaaah! Ich verkack' die Mauer Gide! Warum kannst du gar nix? Komm! Nein! Wie kann ich da runterfallen? Ah! Schade! Du bist nicht mehr ins Ziel gekommen! Keine Punkte für dich! Hut! Hut! Aber du kannst ja Kapador spielen! Kannst auch Kapador spielen! Kapador! Kapador! Welcome to the Future! Ich hab einen Punkt! Hämt auch nicht! Aber ich geh's! Das ist ein Minuspunkt, ja! Die Zeit für ihn vergehen wie ein Fluch! Ja, wenn man Spaß hat, geht die jetzt immer schnell! Spaß! Ich ärger mich hier! Dann vergehen die Zeit für ihn fluchen! Wenn du noch einmal blockierst, dann darfst du noch! Ich komm nicht mehr auf die Bühne! Ich komm nicht mehr auf die Bühne! Ich muss lachen! Ich bin die ganze Zeit von vorderen zu hinteren getommelt, weil ich lachen musste! Ja, verdammt! Ich wollte nicht auf die Bühne lachen! Dann hab ich mich vorhin eingedreht! Nein! Komm schon! Meter! Meter geht noch! Kamador! Kamador! Ja! Ich bin doch eingerobbt! Hahaha! Wie geil! Kamador! Eingesplattert! Was ist das denn für ein Problem? Ja, aber es kann wirklich sein, dass das die Akku ist! Du brauchst mir eine abschließende Lärm! Das wird das nicht geben! Ja! Ich mach dich doch immer wahnsinnig! Nur immer auf verschiedene Weisen! Aber ich find es echt schade, dass für Trials Fusion so wenig Multiplayer-Stacken gibt! Wenn's schon Spiel-edit wird! Das weiß ich nicht! Aber wenn schon Spiel-edit wird, dann sollte man wenigstens so Multiplayer-Sachen meditieren! Warte auf mir! Warte auf mir! Warum soll ich den auf dir warten? Das ist doch ekelig! Warte auf mir! Springen! Springen! Boah, wie weit flogst du denn noch geflogen? Kilometer weiter Flug gerade! Ja, das ist der Weg, der ist geflochten! Schau, wie geil! Warte auf mir! Aber ich glaube nicht, dass du singen kannst! Ich glaube, ich sollte auch nicht so singen, sonst gehen die letzten zwei auch gleich! Jetzt sind wir doch wieder drei! Wir sind drei! Wir sind, ich bin drei! Oh fuck! Ja, okay, wir geben ihm zu mir! Wir haben ihn dabei! So weit! Ich weiß! Oh fuck! Oh, der ist ja einer, der mach mich denn nicht Out-Shit! Der mach mich denn nicht Out-Shit! Oh, ich hab das auch! Keine Sorge! Nee, ich glaub's nicht! Shhh! Ha! Nee, aber hab mich zum Lassen zu bringen, ey! Nein! Ich lass einfach nur so aus Jux! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Oh fuck, was war das denn? Nuhuhu! Das war doch! Du bist denn nicht noch! Kopper doch! Kopper doch! Oh, mal fliegende Engel! Er ist Schneeengel! Fliegende Engel! Huuuua! Pfei hat Gesicht! Immer! Leute, kleine Umfrage, wie lange seid ihr noch wach? Damit wir wissen, wie lange wir ungefähr noch für euch zu nehmen dürfen. Du müssen! Wollen! Da steht nämlich ein Typ hinter uns. Nein! Ich schieße! Die wollen das draußen! Sag mal, hört man uns eigentlich? Jo! Ok! Warte kurz! Oh, scheiße! Das geht doch los! Sag doch was! Du bist ja komisch schlecht! Wie immer! Oh, fang! Ich bin da, der im Wasser lang ist! Batsch! Wir sind so schlecht! Das trauen wir uns auch noch online zu stellen! Das war echt mal! Ja! Das ist wie es wurde! Jungenfall! Oh, treu ist! Oh, ich... Das kippe eigentlich, was das passiert ist! Ich konnte nicht springen! Danke, Tom! Wie lange hatten wir denn vorzustremen? Toll! Dann wurde... Dann wurde... Ja! Ich bin ein Traucher! Pfff! Gute Nacht! Ich schauch mir ohne! Gute Nacht! Das tut vollzäunig nur, dass ich hier... ... in den Start verpenne! Doch, doch! Keine Ahnung! Guck! Ich bin ein Traucher! Ich bin ein Traucher! Ich weiß nicht, wie lange hatten wir vorzustremen? Eigentlich... Ja... Vorzustremen! Und das ist halt Wunschild! Nö! Ich wollte eigentlich nur eine Stunde aufhören, aber... Das ist lustig gerade! Ich bin ein Traucher! Ich bin ein Traucher! Nein, komm! Ich bin ein Traucher! Ich bin ein Traucher! Ich bin ein Traucher! Nee, nicht wirklich! Ich bin ein Traucher! Aber ich sehe mich gerade nicht! Das finde ich eigentlich nur nach vorne rum! Aber ich habe das Rennen abgeschlossen! Wieso habe ich das Rennen abgeschlossen? Ich bin ja hier ins C gekommen! Ach so! Aber das stimmt doch! In gelb Rennen abgeschlossen! Ach Quatsch! Du Lütz! Aber wir sind beide... Das ist wirklich so... Disqualifiziert worden! So richtig! Ich hätte nur, weil ich mein Motorrad verloren habe! Das tut's ja nicht! Ja, das tut's ja nicht! Guck mal, da schreibt jemand! Ich hoffe! Du Lütz! Du Lütz! Du Lütz! Nein, nein! Du Lütz! Voila! Du Lütz! Du Lütz! Und nach unten abgefeuert! Also bis 3 Uhr ist er auf jeden Fall noch da! Boah! Der Blick! Du Lütz! Du Lütz! Du Lütz! Du Lütz! Genau! Positiv! Schock! Du Lütz! Oh! Also geht doch noch ein Virus! Ich dachte, der fährt schon! Wir! Wir haben eine ganze Menge an Spielen eigentlich! Zum Beispiel Forza! Das geht zu mir geil! Ja! Forza wollt man auch spielen! Keine Expo Trivals! Ha! 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 Ne, 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 ne! Ich muss auch noch drüber sehen los! Samstagabend spielen wir das! Spätestens! Spätestens! Sonst gibt's hier auch... Fresse! Hilf mach mal! Ich petz dich! Ich verpetz dich! Bei... Woop-off-bomber! Nein! 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 Wir können Call of Duty spielen! Gegeneinander oder gegen Pots! Ja! Ja! Ja, am PC ist das schlecht! Wir können ja... Keine Ahnung... Weep of Souls ist, glaube ich, nicht so toll zu streamen! Weil mein Reptok das nicht schon... Also wirst du keinen Spaß haben am Top! Weep of Souls? Ja! Wirst du den Ring oder Lack erschaffen? Äh, Laptop! Ne! Das hat bis vor Ort noch nicht mal mit dem PC geschaffen, bis zum letzten Clutch! Laptop! Der Lumpf! Ja! Ich hab's da hatten, ja! Ich bin ja doch schlafen! Ja! Ich weiß ja nicht, woran das lag! Wow! Ich glaub auf meinem Laptop und besonders... äh... Also bei PC und besonders beim Laptop so rum... ...hat das extrem geleckt! Okay! Hab nem bestückt die Fähigkeit grad! Ich bin doch nicht auf Rack oder? Doch! Ja! 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 Ich guck die ganze Zeit auf dich und wundere mich! Schau dir! Wollt noch mal auf dich! Aha! Hahahaha! Gorn oder wie ne Kacke! Ich ziehe gesprungen! Da kann ich halt aufhattet! Oh! Das einzige was du so französisch kannst! Außer... Ja! Ich wollt grad sagen! Außer dem! Ähm! Ja! Rupport! Soll ich dich Bombi nennen? Rupport Bombi ist immer so lange... Lange! Bombi! Bombi! Was würdest du denn? Lieber sehen! Also wir spielen natürlich jetzt noch ein bisschen... Geht übrigens weiter! Ah! Hahahaha! Da gibt's Hilfe! Wir spielen natürlich jetzt noch ein bisschen Trials! Ähm, als nächstes... Ähm... Super Nintendo! Oooo... Oder was? Genau! Oder Forza! Oooo... Oder... Diablo 3! Also Rupport of Souls! Wir richten da uns jetzt mal nach dir! Also unseren Zuschauer! Äh, unseren Zuschauer richten wir uns, ja! Jeder ist nicht so. Aber was ist mit der Verbrechen? Boah! Scheiße! Du musst dich noch am Ziel-Karpadorn! Mit A-Drücken glaub ich! Hä, wieso klappt das bitte nicht? Heheheheh! 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 Bombi! Bombi! Na Bombi wird natürlich auch... Ich find Bombi aber süßer! Heheheheh! 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 Ne, Bombi! Ne, Bombi! Heheheheh! 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 Ja, ich hab das seit 2008 im Kühlschrank. Das muss doch sein, hier. Ich hab's ja auch im Trappenkampf damals. Scheiße, das wurde ja eigentlich gar nicht mehr da. Hat keiner gehört, der Trappenraum gewohnt hat. Nein, wohne ich ja jetzt nicht mehr, von daher ist das ja irrelefant. Genau. Und dann nehme ich in... Das hab ich glaub ich auch schon mal online gesagt, im Erinnern. Ich glaub, im Bridge-Builder-Let's Play hab ich mich verklappert. Von daher ist das eigentlich auch ganz egal. Waaah! Ich komm aus ne Hettig. Scheiße, das gibt's ja nicht so viele Wunden. In Bordern. In Bordern. In Bordern. Waaah! Scheiße, ich dachte, ich stehe in das Fertweil gewesen. Mit? Zwei Rollen auf den Boden gemacht und dann fast auf den Rädern gelandet. In der Rädern. Nicht so viel. Y employees. Loll der rollt wieder aus dem Ziel zurück. Hehehe! Abbelabbelabbel! Ich weiß leider gar nicht, was ich sonst noch so hab. Zum Zweit. Gerade wenn wir rumliegen. Ich glaub Rise können wir ja nur, ähm, online Multiplayer spielen. Das geht nicht lokal. Jedes Mal. Wuhu! Das hat er wieder aufgekommen, oder? Das hat er wieder aufgekommen. Ja. Kann ich hier nichts für wissen, wenn du so langsam bist. Nee, die Lieblingsmann-Kontrainer. Oh, was war ich hier denn? Das ich hier nach vorne kippe, das ist auch selten. Selten halt. Ich drück voll nach vorne, ey. Und dann kann ich trotzdem noch nicht weg. Ja. Ich lange noch mal Gas geben. Ja. Bis dann, wenn du dann hochkommst. Gar nicht. Äh, ich lass... Er überlässt uns die Entscheidung, was er jetzt nicht so spiel. Ich freu mich schon tierisch, wenn ihr morgen Abend Xbox Rivals zockt. Wie gut, dass ich meine Leggings mit habe. Ach, Leggings, was? Du hasst Leggings? Du besitzt überhaupt Leggings? Das geht bei uns doch. Hosen. Hose. Hose. Scheiße. Hose, was anderes. Hose. Ich geh ins überhaupt mit Hose. Jacke, Jacke, Jacke. Ja. Hose. 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 Lila hat Hose manchmal. Oh. Guck, was sagst du jetzt? Hua! Hose! Hose! Du hast noch keinen einzigen Fehler gemacht, Junge. Meine Wacke! Wow! Wieso das denn? Weil du Zweiter geworden bist. Ist das auch Minus? Ja. Sonst wäre es ja egal, wer zuerst kommt und wer nicht ins Ziel kommt. Yeah! Geilo! Wollen wir die Runde jetzt noch zeigen oder? Also die letzte Runde? Wann? Okay, der Pruzzi will in Forza verlieren. Ich wollte auch mal gesagt haben. Sag mal, ich mach bei mir die Pfeifen an, bei dir mach ich sie aus. Was? Uah! Du sollst mich das noch mehr, wenn ich sie fliege, das ist einfach kaputt. Kannst du mal auf ihn über die Hände ziehen? Der ist so entlapplich. Wollte gar nicht. Ich sag gar nicht aus. Hey, warte hoch! Oh! Ich würde ihn noch mit keinen Fehler überlassen. Ich auch nicht. Wo ist... achso, ja. Was soll das? Warte, warte! Hä? Jetzt hat er nicht immer was... Wir sind wirklich schon nach hinten weg. Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Okay, dann geht's wohl als nächstes Forza, wenn wir hier lösen. Ah, dann muss ich ja schon wieder das Streaming-Programm ändern. Schon wieder ein neuen Stream-Start. Das artet hier in Arbeit aus. Ja, aber wirklich, der müsstest du da nicht. Ähm... Hahaha! Nee! Merde! Sacrebleu! Das ist halt eben gut, glaube ich. Nee, das heißt Bolle. Das ist der Fläche mit dem Weibchen. Ey, kannst du mal auf die Fahrt nicht sehen? Da hätten nix! Ach, was mach ich denn da? Du bist auch gesprungen, oder? Nein! Doch! Cool! Sehr schön! Ich glaube doch, glaube doch, oder? Schneeengel! Yeah! Und das Schnee! Das ist Schneeengel und das Schnee! Boah, immer diese Kraftausdrücke in der heutigen Jugend! Entschuldigung! Ich hab dich jung genannt! Hihi! Was? Was? Ja! Wie du redest! Ich weiß gar nicht, kann gar nicht reden! Hauptstum! Ja! Ja! Kann ich auch den ganzen Tag im komischen Pool liegen! Das ist kein Pool, das ist ein Wasserbecken! Ist doch das gleich! Was ist ein Pool denn sonst, wenn nicht ein Wasserbecken? Hm! Das ist ein Trinkbecken eigentlich nur! Ob sie jetzt, oder was? Ja, Trinken tun da bestimmt auch einige draussen, auch wenn es ein bisschen äcklich ist! Die tun auch oder nur so! Lalalalalala! Oh, ich bin dann voll gegen einen Eisenträger gerade gesprungen! Aber beide plus 8, von daher habe ich gesiegt! Okay, dann möchtest du jetzt die Rennensitzung beenden! Ja! Der Butz möchte schon wieder das Spiel wechseln und so rum! Das heißt, auf Xbox wechseln und dann sehen wir uns gleich wieder im Xbox Stream! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!